Okay, jetzt ist der Boxer. Jetzt kann ich schon gehen. Boah, ich lasse mich jetzt durch. Ich muss noch ein paar Uhr kriegen. Weißt du, ich weiß nicht, dass der Votter den Labras vielleicht hat. Nein, 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 du Astrid, nein, nein, alles, nur das nicht. Ja, wir haben auch wieder den Baum da. Bitte was Gutes, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Nein, kein Delipa. Das soll den Isla, was wird mich killen? Einfach, wenn Cinsa keine Depp hat. Mensch, die gibt mir doch nicht so eine Scheiße. Ich will doch nur gute Pokémon. Aber nein, man muss mir so ein Crab immer geben. Boah, Fabian, oder, ja, das ist Fabian. Den stellst du jetzt auch noch. Rot, boah, nicht. Zutiefsgall. Lass mich schon hoch, Fabian. Lass mich schon ruhig, Junge, so schlage ich dir ins Maul. So, dass du nicht mehr hochstehen kannst. Lass mich einfach die Skelle auffallen. Mensch, Jesus Christ. Ja, ich werde aber nicht in diesem Gras hier, was man weiß, dass es hier nicht klappt gibt. Es gibt hier noch anderes Gras. Nein, nicht das zum Rauchen. Liebe Kinder. Ich bin beim Krümer. Ja, hier geht es nämlich noch Gras. Und die gibt es so, weil ich weiß, dass es bessere Pokémon gibt. Los, zeig dir ich jedenfalls. Danke. Und es ist dein... Leck mich kreuzweise am Arsch. Warte, ich habe doch schon korrekt. Ja, ist gefangen. Geil. Boah, geil eigentlich. Komm, ein gutes Kogmann, wo ich was anfangen kann. Ich will nicht nur mit dem Salaug schluckern. Nein, Koreo-Gil. Nein. Leck mich kreuzweise. Am Arsch. Mensch. Ich will nur mit dem ich was anfangen kann, wenn ich google es. Wenn ich google es sogar. Was es hier gibt. So, ich google, wenn er es jetzt in den Gras hier legt. Ne, mir nicht das Typ, ich google es. Lauf am Sitzender. Ne, ich google es. Blumenmeer von Ula Ula. Ich google es. Probe-Wiki ist schon offen. Blumenmeer. Von Ula. Ula. Ich google es. Ich google es. Ula. Okay. Warum sag ich mir jetzt? Pokémon? Ich wollte es. Blumenmeer. Ne, Ula Ula Blumenmeer heißt das. Fuck. Nein, nicht mit 2L. Scheißautokollektor. Ula Ula Blumenmeer. So. Ula Ula Blumenmeer. Jo. Mensch, es ist doch so schwer. Pokowiki. So. Was gibt es hier für einen Shit? Für die Pokémon-Beste sind jetzt die Trainer. Ne, es gibt Pokémon mit dem Insel-Skinner. Das gibt Shaker-Rein zum Beispiel. Wo ist das Floette? Ja, es gibt hier Floette. Okay. Floette wäre natürlich cool. Und nicht die Tänzerin. Sondern halt 1,200%. 20%, so niedrig wird die Wahrscheinlichkeit wohl nicht sein. 20%, ja. Die beiden Grafen sind nur nicht die roten Lüben. Oh, Bundle-Bee kann ja auch vorkommen zu 20%. Ja, geil. Boah, ich dachte, man kann ja noch ein Bogen vorkommen. Boah, ich würde sagen, es ist ein bisschen Bundle-Bee. Bundle-Bee, 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 Bundle-Bee. Okay, das ist so, ich wollte das mal. So, jetzt ist auch, dass ich will mich mal nicht beschweren. Ich habe schon die Floor bis gespielt. Wenn es sich auch mal Zeit ist, die Team zu setzen, ist es ein Kussbo. Man kann sich sogar vorstellen, dass ins Team zu nehmen. Und ich habe keinen Bock in so Schwächen. Ich will schon, dass es voll ist, wenn ich es nicht habe. Ja, ich wüsste sicher auch ins Team nehmen. Okay, dann gucke ich jetzt mit drei Puppen rum. 1, 2, 3 und 5. 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 Ich will einfach nur durch. Und ich habe noch 45 genutzt. Ja, ich freue mich. Boah, geil! Und nicht Pokemon. Noch geiler. Warte, ich habe Ampel-Läufe. Mensch! Geil! Ein Hundes Pokémon! I love it! Wann ich hätte es jetzt Tiefschlag gemacht, ne? Dann wäre ich vollkommen ausgerastet, weil der Simpsa da tot wäre und damit wäre ein schlechtes Pokémon! Boah, lego! Schreckst du nicht! Ich würde es mit voller Stärke zu... zu reif... angreifen! Ja, ich würde es mit voller Macht angreifen! Psychik! Psycho-Chinese! Psycho-Chinese! Ich hätte es doch nicht überlebt gehabt! Als ob du eine Psycho-Chinese von einem 10-Level-behörigen Simpsa da überlegst! Ne, gar nicht. Ich kann nicht viel Käse dafür kommen! Okay, ich habe es überlebt! Mensch, Leute! Da war gerade ein Schockmoment für mich, da habe ich gesehen, dass das Ding jetzt Tiefschlag kann! Ne, vielleicht ist sicher auch Tiefschlag! Mich wäre ich ganz sicher, dass das Ding auch Tiefschlag hat! Weil warum sonst kein Tiefschlag haben! Es wäre unnicht, dass der Step hätte mich gekillt! Ich glaube, er hätte es auch gekillt! Krieggetrug! Ne, was mal! Doch, so einen Scheiß nicht! Ich mag meinen Mundsitz, gerade so wie es ist! Ja, das war gerade ein kleiner Schockmoment für mich! Aber jetzt geht es weiter! Warte mal, hier nimmt noch ein neues Buch! Gute 17 Jahre ein neues Buch! Ich will den Tiefschlag vielleicht auf den Weg gehen! Ja, aber damit es nicht so zugekarrt wird! Ich habe keinen Bock! So zugekarrt, wir gehen auch hier zum Eibitag! Glück mich, ich habe schon ein Habitag! 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 Also, tschüss! Ibi-Tag! Mensch, ich habe vorher eigentlich das Display im Februar zu beenden! Wollen wir mal sehen, ob wir das schaffen! Mein Respektor! Habe ich das Ding, Tony? Ich glaube schon, ne? Ich guck mal! Nein! Aber mein Juni hat es nicht! Ne, habe ich auch nicht! Stimmt! Ich sehe, was ich dem Flotball... Ist mir scheißegal! Warte mal, dass es drin bleibt und es nicht mehr! Wenn das nicht viel scheiß ist, dann kann ich mich mal kreuzweisen! Drei! 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 Danke, Trump! Ich netz Trump! Ja gut, mein Juni hat es auch nicht gut! Okay, gut, dass ich es gefangen habe! Ja, Trump! Make Alula great again! Donut! Also, so werde ich die Folgen nehmen! Ja, Leute! So werde ich die Partner nennen! Ja, Leute! So werde ich die Partner nennen! Das sehe ich jetzt schon! Ja, Trump und den Stream of the Null! Ich werde aber nicht mit ihm behalten! Ja, im Part, wenn ich trainiere! Ja, dann bin ich... Wenn ich das so... Was ich jetzt noch aufstehen, also finde! Ich glaube, da war was! Wenn jetzt kommt irgendein Ultrageils Pokémon... Ja! Ja! Warte mal! Ich glaube, da muss ich tatsächlich mal besiegen! Ja! 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 Ja!